Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Dr. Namedic. Heute lernen wir über Ausfallschritte. Für einen Ausfallschritt stellst du dich hüftbreit hin und richtest den Körper auf. Auch hier spannst du die Bauchmuskulatur an. Bevor du einen großen Schritt nach hinten machst, der Winkel zwischen deinem Ober- und deinem Unterschenkel sollte etwa 90 Grad betragen. Beuge anschließend das vordere Bein und führe das Knie zum Boden, bis der hintere Unterschenkel und der Boden parallel zueinander liegen. Handschließen, drücke dich nach oben und komme mit dem hinteren Bein nach vorne. Wechsle das Bein und wiederhole die Übung hierfür. Hierfür empfehlen sich vor allem Tanten als Zusatzgewichte. Ihr wart wieder ein erfreuliches Punktelung. Danke, dass ihr zugeschaut habt und eingeschaltet habt. In Liebe, euer Abzusatzgewicht. Wir sind erst mal in der Übung,